Dieses Überwachungsvideo sorgt in den USA für Aufregung und Gelächter. Polizisten einer Antidrogeneinheit stürmten mit vorgehaltenen Waffen ein Haus in Florida. Dort wurden Waffen und Drogen vermutet, die es nun galt zu finden. Die Beamten aus Polk County jedoch blieben scheinbar nicht ganz bei der Sache, als sie die Computerspielekonsole des mutmaßlichen Drogen- und Waffenhändlers entdeckten. Und so endete die ursprüngliche Razzia in einer stundenlangen virtuellen Bowling-Partie mit einer Nintendo Wii-Konsole. Dass sie dabei von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, war der Spezialeinheit bei all dem Spaß entgangen. Der lokale Fernsehsender WFLA-TV aus Tampa strahlte das fröhliche Treiben der Polizisten im Fernsehen aus, was natürlich nicht folgenlos bleiben konnte. Die Behörden sollen eine Untersuchung eingeleitet haben.